Ja, hallo zusammen. Ja, liebe Leute, kurze Zeit nach dem letzten Strike hat es mich wieder erwischt und der Kanal wurde gesperrt. Ein Video wurde beanstandet und das heißt jetzt 14 Tage keine Lives, keine Videos auf meinen YouTube-Kanälen, ihr Lieben. Wir machen aber natürlich weiter mit den Lives auf meinem Teamheimat-D-Live-Kanal und wir machen natürlich auch weiter mit Videos hochladen und zwar auf der Plattform FREI3 und diese teile ich natürlich auf meinem Telegram-Kanal Teamheimat, auf der Seite Teamheimat bei Facebook, auf meinem Privatprofil bei Facebook, auf VK und auch auf Twitter, ihr Lieben. Ihr werdet also weiterhin morgens früh die Videos sehen, halt auf den anderen Plattformen und live gehen wir in der Zeit jetzt auf D-Live. Wir sehen uns wieder dann in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch und ich werde selbstverständlich, weil es jetzt der zweite Strike ist, sämtliche Videos auf all meinen Kanälen löschen, um zu vermeiden, dass noch ein Video schnell gemeldet wird. In diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, Lives auf D-Live, Videos jeden Morgen auf VK, auf Facebook, auf meinem Telegram-Kanal, auf Twitter und auf FREI3. Euch allen schöne Tage und ihr wisst es doch, aufgeben ist keine Option. Holger